hallo und herzlich willkommen meine freunde ich bin wieder aus habe ich darf mich recht herzlich begrüßen zum start der offline map hier in farming simulator 22 im letzten stream angedroht und heute schon umgesetzt wir gehen rein ich habe so bock auf eine solo karte solo und offline und dazu habe ich die europäische landschaft gewählt european country soll das heißt da fällt hier wahrscheinlich egal countryside ist auch lässig die karte habe ich angeguckt und für gut empfunden wir wählen alles ab und dann kann ich mal schön gehe ich mit euch zusammen die mods durch die da mit reinkommen werden ich weiß natürlich nicht ob das dann alles noch so final bleibt von den traktoren her wird es definitiv kleiner werden also wir werden nur mittlere bis kleine traktoren verwenden beste mod hier echte uhrzeit mod ein paar lampen mitnehmen einmal ist auch wichtig aus im schuppen wichtig holzfäller wichtig der ist gut nehmen auch mit falls wir honig machen ich weiß es noch nicht ganz wichtig weil der braucht bis 110 ps hier bisher lambo fahren ja ich habe es ja im letzten stream schon gesagt ich habe da bisschen bock drauf komplett offline die anderen auch die anderen videos hier immer seht das sind alle online entstanden wo auch leute mitspielen können also wenn ich live bin ruhig herkommen und fragen gehen findet alle infos dazu natürlich unten in der das brauche ich nicht findet ihr alle infos natürlich unten in der video beschreibung ich bin ja auch regelmäßig jeden mittwoch ab 14 30 live auf twitch sowie auf youtube anzutreffen dürfte gerne vorbeikommen und es ist in neun von zehn fällen ist es immer eine multiplayer map entweder bin ich bei mir auf dem server mit der silver and forest oder mit der forstening im gehosteten am sags mir im gehosteten spiel ich glaube fürs erste sollte das lange sollte ich noch merken hey da fehlt noch was dann können wir das immer noch nachträglich reinziehen gut wir haben natürlich schwer gewählt also wir werden mit nichts starten glaubt ein auto hammer am anfang und 500 k da werden noch die einstellungen zusammen durchgehen hat sich keine allzu krassen hardcore einstellungen also frucht zerstörung et cetera das wird auf keinen fall dabei sein lesesteine und sowas habe ich jetzt auch keine wirkliche lust drauf sage ich euch ehrlich aber halten das sollte auf jeden fall bald auf jeden fall dabei sein spritverbrauch machen wir auf hoch natürlich hat das schon eine kleine herausforderung da ist ja dann gucken wir mal was wir da heute zustande gehen also ich denke mal heute in der folge da wird noch gar nicht so krass viel passieren wir gehen es in die map rein werden uns ein schönes plätze suchen werden eine kleine hütte hinstellen wir hatten die ersten gerätschaften besorgen und dann war es eigentlich fast schon ja weil bis die geräte alle hinten sind das kann sich schon eine weile ziehen und ich will euch natürlich auch einen geilen überblick über der karte verschaffen so lassen wir so das sieht mir quasi fast ähnlich außer dass ich mehr haare habe und keine brille tragen aber der stil gefällt mir so willkommen auf der european country seit dieses auto gehört uns das war es aber auch schon mehr durfte uns nicht gehören genau süchen also das verschaffe ich euch mal einen groben überblick über die karte wir werden hier oben da ist es auch wenn ihr auf einfach oder mittel anfang ist hier oben der hoch ich finde den ort da oben als fast ideal weil die zwei felder hier die sind nicht allzu teuer und mal gucken auf welche felder vielleicht gleich schon ready zum zum ernten sind dann haben wir hier jede menge wir haben hier eine bga dann haben wir hier das sägewerk tankstelle mehlfabrik molkerei gesteinsbrecher sagt dünner herbeziehte pizzeria käserei supermarkt haben wir den fahrzeughändler fast food schneiderei dann haben wir drüben die spinnerei restaurant dann haben wir hier quasi eine ankaufstelle dann haben wir viehhandel gülle mist viehmarkt dann haben wir die zuckerfabrik ölmühle müsli fabrik und die schrannerei ja ich muss aber auch sagen wir gehen einfach mal random zu dem fast food restaurant hier ich muss aber auch sagt gerade von der deko her und vom eingerichteten her sieht es schon ziemlich ziemlich gut aus hier aber mir gefällt mir gefällt die karte unfassbar gut richtig 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 viel liebe in zum detail rein gesteckt worden kann man gar nicht anders sagen auch hier beim supermarkt du hast hier mal einfach mal ein gabelstapler umstehen hier steht einfach mal random großer last darum gutes einparken das ist schon hart am real life dran muss ich sagen das passt schon also das gefällt mir einfach hier auch ein lastwagen dann klappt beim warzeughändler war es genau da hast du einfach mal ein traktor umstehenden kipper also das gefällt mir wirklich gut ja deswegen die karte ist auch wirklich klein hinten noch so eine angedeutete verladeszene schon echt also wirklich vom detailgrad gefällt mir die karte unfassbar gut hier haben wir noch das sägewerk und bisschen mehr schutzausrüstung wäre schon cool aber auch hier naja da steht einfach mal ein laster mit fetten balken rum da hinten hast du ein trecker der im flug dran hat alles schon wirklich cool gemacht wirklich cool gemacht gut da kannst du durchlaufen durch den trecker nicht durch den flug ja aber mein gott hier ist einmal einen schönen alten red lizard stehen also wirklich cool gemachte karte dann gehen wir hoch noch zur bga orientieren die richtung aus hoffe ich richtig ja quasi grob da hat man schon zusammen darüber woken auch cool gemacht mit der einfahrt hier also wirklich seltene karte gesehen was wirklich seltene karte gesehen die so hochgradig detailliert ist wie die hier dann gehen es einfach mal random hier drüber der wärmt schon dann müssen wir halt mal gucken was man da ernten können am anfang und ich weiß noch gar nicht so ganz grob in welche richtung wieder gehen wollen ja es sollte ein bisschen ding werden sagt es mir soll es bis so bio bauermäßig werden oder keine ahnung ich denke mal hier werden wir definitiv unsere zelte aufschlagen das sieht eigentlich mit dem mal um die aussehen sieht man es ein bisschen besser von oben haben wir haben direkt 123456789 10 11 12 13 14 15 felder quasi die steinwurf weg sind von uns wir haben eigentlich mehr als genug platz das sollte passen würde ich sagen ich denke mal hier wird man definitiv unsere unsere zelte aufschlagen wir haben es natürlich zu allem anderen dafür ein bisschen weiter aber das wird man schon irgendwie hinkriegen wir haben einen kleinen wald den könnten auch kaufen und abholzen wenn es geld mäßig eng werden würde da liegt aber sehr viel dinge rum holz was wir sagt es mir was wir uns da einfach ein glauben zusammen glauben können und dann in den pick up schmeißen zum verkaufen damit werden wir den erst den ersten cash ziehen als farmhaus fand ich den hier eigentlich ziemlich cool ach halt klar wir sollten vielleicht das grundstück vorher kaufen so die anderen grundstücke die in gucken nachher an wo vielleicht schon was erntereif ist dass wir da entsprechend gleich ein bisschen cash machen können lampen braucht man eigentlich nicht weil der ist beleuchtet gut jetzt gehen wir können die nachbarschaft gucken wer hier schon so freundlich war ein bisschen vorgearbeitet hat da haben wir hirsche im wachstum das können auch anders machen so was wert denn erntereif 15 16 11 ist erntereif auf 15 müssten wir weizen haben 16 und 11 müsste raps sein gucken laufen schon rüber zu 15 war es glaube ich weizen haben hier ja klar und 16 und 11 oder ist es hafer nicht doch raps 16 ist raps und 11 ist auch raps beide wir alle drei werden mich erntereif 15 16 11 werden erntereif was kosten die alt ach hier parzelle 19 wäre das 22 50 40 wobei das feld hat schon relativ großes ist also das kauft man auf jeden fall das kauft man auch bei 20 weiß ich es noch nicht da bin ich mir noch nicht so ganz sicher also haben wir mal 15 und 16 gekauft das werden wir dann auch entsprechend noch abernten natürlich gut ist brauchen natürlich noch traktor ohne das geht gar nichts was nehmen wir da also zu viel geld wie ich das natürlich am anfang auch nicht raushauen der ist schon cool aber der ist echt teuer das problem ist er geht nur bis 140 ps der geht bis 205 also man könnte ihn erst ein bisschen lower kaufen und dann entsprechend aufrüsten der linntrad was hat der 136 der fall trage bis 145 hier wird es nicht mehr bei dem stört mich halt also er sieht optisch granaten mäßig geil aus das ist gar kein thema aber er geht nur bis 140 ps er würde bis 201 gehen das wenn gerade mal 4 ps unterschied aber er wird 10.000 euro günstiger der case gibt es nur 75 und 36 180 und 33 40 jetzt haben wir neben den wald war hier ich glaube der land fürs erste und wir können den ja immer noch aufrüsten von dem ps her da geht nach oben mehr als genug front anbau dann nehmen wir halt dann machen wir erstmal lieber 600 kilo frontgewicht hin und fertig dann können wir danach immer noch durchtauschen weit reifen plus gewichte dafür haben wir kein geld rückfahreinrichtung dann kannst du den drehen dann braucht man einen hänger da gibt es nur ein meiner wahl und zwar den hier den lassen wir auch erstmal dass ich nicht so den gleichen groß nehmen kommt den knochen groß nehmen ne das sieht nicht gut aus das lassen wir so supi dann brauchen wir eine sähmaschine da habe ich ja die einen mod gezogen die braucht zum glück nur 110 ps und das ist eine direktsaat das ist mir wichtig war dann sparen wir uns den gruber zu kaufen den drescher werden wir anfangs nur ausleihen dann brauchen wir natürlich dünner noch vier paletten bislang braucht man sagt gut wie viel cash haben wir denn noch 200.000 haben wir noch sehr gut also wir haben was zum wir haben den traktor wir haben einen hänger wir haben eine sähmaschine wir haben sagt gut wir haben dünger alles andere würde ich sagen leihen wir uns erstmal aus wenn man es braucht schneidwerke sowie entsprechende drescher werden wir uns ausleihen da können wir auf jeden fall noch das dritte feld kaufen das ist gut eine kettensäge brauchen wir noch ne das passt so weit dann können wir noch das feld hier kaufen haben wir schon mal zack 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 das kostet daher ist man auch noch kaufen sehr gut jetzt können wir hier noch eine schicke maschinenhalle hinstellen die bringt uns zwar cash aber können wir uns nicht leisten was nehmen wir denn mhm der ist cool aber weiß ich nicht finde ich jetzt doch nicht mehr so krass passen vor allem weil die schon die bissle fertigere variante haben von von dem farmhaus weil so viele geräte haben wir jetzt am anfang eh nicht da wird es wahrscheinlich auch das hier tun und das jetzt zweimal hin machen sagen wir haben hier noch vorne landen technisch was hin habe ich jetzt so krass sind wir jetzt nicht mehr da wir haben sogar noch das war ein andermal das war ein andermal ich habe mir überlegt ob ich eventuell vielleicht noch ein ding holen soll gleich honig aber das war ein andermal würde ich sagen gut guck mal was unseren schicken waldra von innen an heißt natürlich ist natürlich kein xerion von innen ach stimmt ein hänger werter noch holen ein hänger war dann können wir das ganze saatgut dann auch zu uns zum hof rüber ballern oh ernst so müssen wir gucken welche richtung geht es wir müssen nach rechts rechts links und dann grob bei feld 25 also jetzt rechts rechts links über den fluss drüber und dann bei feld 25 links dann werden wir das tun ich finde du hockst manchmal bei diesen ganzen treckern oder auch bei lastwagen finde ich hockst du manchmal extrem weit hinten so gefühlt weiß ich nicht ob das nur mir so vorkommt das ist ein greisverkehr krass das wird nachher spannend hier mit dem drescher noch durch zu ballern da steht unser auto ist die tankstelle ok jetzt geht es aber den fluss und dann bei feld 25 ungefähr vor feld 25 müssen wir links das ist hier sein da schüttelt sich aber gut durch ja da da war der wackel wackel hier so und dann gucken das muss ich noch ausschalten das nervt mich schon wieder da jetzt wir fahren jetzt rechts und zwischen 16 und 11 fahren wir durch ne da werden wir nicht durchkommen das sind bäume junge 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 ist das ein wackeliger weg hier ja gut dann müssen wir halt den orges in den weg nehmen ist ja nicht schlimm jungen 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 mit der wackelt hier kurz zum abheben cooli oder sind wir ja schon ja gut es ist halt der nachteil wir haben zwar alle felder hier so richtig geil in der nähe aber dafür ist halt alles andere richtig hart am arsch der welt cool haben wir das schon geschafft aber zurück immer noch die sähmaschine wenn wir noch links ob das schneller geht auf jeden fall wird es genauso häufig oh halt geht es hier lang ich gucke ja toll da komme ich ja quasi wieder zurück also ich muss schon ganz vor das bringt man nicht so viel das bringt man nicht so viel so müssen wir hier nach links ganz runde bis linkseite die bg an uns vorbei ballern und dann können wir schon nach rechts fahren ja bis wir da den richtigen weg mal gefunden haben der dann muss okay da können so passen das wird sich glaube ich noch ein bisschen ziehen aber so prinzipiell muss ich sagen gefällt mir die karte wirklich wirklich gut auch hier mit dieser mit dieser so auf richtig fertig gemachten brücke hier so schön gucken wir fahren uns am besten hier links das sind wir daraus alles klar ich habe doch gesagt und wackelt und du meinstellbricht gleich auseinander unglaublich haha ich würde sagen es tut mir leid aber ich glaube das wäre fast ein bisschen gelogen züchen ach der wird wahrscheinlich gar kein tank haben für für dünger da wird nun saatgut tank haben okay wir haben den dünge umsonst gekauft hätten sicher denken können dass so eine kleine maschine nicht unbedingt sagt im ding hat im tank zum zum düngen aber egal ich werde dann einfach noch mal zwei kisten holen und dann wird man halt eine dünge maschine kaufen die halt mineraldünger austragen kann oder ausleihen oder keine ahnung bambi was machst du da tschau tschau so wir fahren uns aber hier gleich links war das war erheblich kürzer also wie schon sagt auch hier mit diesem alten windrad was da steht der detailgrad das weiß ich auch was hier von gequetscht hat als ich vorbeigefahren bin das war gar nicht der trecker das war das windrad ich dachte schon all das ist mit dem trecker muss das ein warmschiff cut the throat with a chainsaw to remove dirt roads wenn du das hier quasi fällst entfernst du die schmutzig also dann wird das weg gehen oder wie das ist ja ein witziger witziges easter egg aber wiese 1 natürlich wiese 1 natürlich ja besorgniserregend wenn sich die bretter auf der brücke bewegen gern es nicht also ich denke auch so folgenlänge 25 bis maximal 35 minuten das ist schon in ordnung kann das sein dass mal eine 20 minuten folge dabei ist der upload wird in der regel denke ich mal immer samstag und sonntag sein aber auch da ist es halt so wie ich zeitlich dazu kommen ja ja wenn es halt mal nicht so ist dann tut es mir leid dann kann ich es leider nicht ändern aber ich versuche die folgen schon so regelmäßig wie möglich zu bringen dann habt ihr quasi sieben tage die woche auf meinem kanal landwirtschaft simulatur gameplay mittwochs die live streams ich glaube das ist schon in ordnung und dann noch shorts kommen ja auch noch das würde mich jetzt schon interessieren was passiert wenn man dieses schild passiert könnte mir gerne unten reinschreiben das mal probieren sollen einfach mal zu gucken was passiert wenn wir diese schilder unten weg rassieren remove dirt roads cool dann können wir den träger noch einparken den rest wo man dann in der nächsten folge im auto ab auch entsprechend noch ein hänger dazu sehr schön also wir haben ein paar felder gekauft wir haben uns ein farmhaus hingestellt und wir haben der halle und da schon ein bisschen was drin stehen ja wir sagen nur in der ersten folge ein schon durch das land für heute in der nächsten folge werden dann quasi noch entsprechenden hänger holen noch das ganze sagt gut auf den hänger hier rüber karren und vielleicht auch schon mit der ernte von den feldern beginnen ja ich glaube das passt soweit ihr dürft natürlich sehr gerne den kanal kostenfrei abonnieren ihr dürften kommentar da lassen ihr dürft leiten ihr dürft ja gerne mal in der video beschreibung vorbeischauen wenn er bock hat er findet alle infos für den live streams jeden mittwoch auch andere sachen oder sagt hey kommt vielleicht ein bisschen die kanal support mit irgendwas gibt es mehr als genug sachen für euch ja ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen ich wünsche euch einen richtig geilen tag und vergesse ich unten mal die kommentare reinzuschreiben ob mir dieses wandschilder hinten einfach mit der kettensäge katten soll mal schauen was rauskommt ne also habt einen schönen tag ich bin raus euch sammeln ciao wir sehen uns gleich wieder